Wer hätte gedacht, dass das größte Konkurrenz-Franchise zu Pokémon ein direkter Abkommen vom Tamagotchi ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmausstein TV Studio. Diesmal mit nicht einem, nicht zwei, nein insgesamt vier Sets der Firma Sembo. Und zwar wissen wir ja alle, es gibt Klemmausstein-Sets, die irgendwelchen Computerspiel-Lizenzen entspringen. Und zum Beispiel hier Pokémon von Mega oder im Ostmarkt, also auf dem asiatischen Markt, wird ja Pokémon über Cuman in der Lizenz erfüllt. Aber es gibt ja auch noch andere, ja ich sag mal, Konkurrenten zu Pokémon. Digimon und ja, ich sag mal, der bekannteste in diesem Bereich wird wahrscheinlich Digimon sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne mich mit Digimon gar nicht aus und für mich war das immer so eine Nachmache von Pokémon. Aber das ist gar nicht wahr. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil mir mehrere gesagt haben, dass Digimon eigentlich ganz cool ist. Und habe herausgefunden, dass das eigentlich in der Ahnenreihe zurückgeht auf das Tamagotchi. Ihr wisst, dieses nervige, kleine, piepende Elektronik-Ei aus den 90er Jahren, was man immer füttern und streicheln und umhegen musste, sonst ist einem das Mistvieh verreckt. Und dann hatte man dann einen teuren Elektroschrott zu Hause rumliegen. Naja, und das hat sich dann weiterentwickelt hinterher zu Digimon. Erst waren das so quasi so ähnlich wie Tamagotchi, die man gegeneinander kämpfen lassen konnte. Und dann hatten sich da Computerspiele zu entwickelt, dann ist eine Serie dazu gekommen, es sind weitere Computerspiele dazu gekommen, sogar Kinofilme. Also es ist wirklich ein riesengroßes Franchise drum entstanden, mit dem ich mich gar nicht auskenne, muss ich fairerweise sagen. Aber es gibt eine Menge Fenster draußen, vor allem im asiatischen, japanischen Raum. Und so hat Sembo sich gedacht, coole Sache, die Lizenz schnappen wir uns und wir bringen ein paar schöne Klemmbausteinsets damit raus. Und da haben wir hier zum einen diese vier Sets. Alle überschaubar groß, aber irgendwie cool. Ich muss gestehen, von Natur aus habe ich keine Ahnung, welche Figuren und welche Digimon-Charaktere wir hier haben. Aber es gibt ja das Internet, deswegen konnte ich da ein bisschen nachschauen, was wir da haben. Wir haben hier, jetzt muss ich das einmal ein bisschen durchsortieren, weil ich kann das nur anhand der Artikelnummern hinterher rausfinden. So passt es. Okay. Ich habe mir nämlich hier eine Liste rausgeschrieben. Wir fangen hier an mit der 606317 und haben hier Sora Takenushi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mit seinem treuen oder ihrem treuen Begleiter. Ich glaube, es ist ein Mädel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Garudamon. Eine Weiterentwicklung aus Biomon. Also hört sich für mich jetzt an wie ein Mohnbrötchen. Aber gut, das Kind braucht Namen. So heißt er. Witzigerweise ist wirklich, die haben die ganz cool umgesetzt. Also wenn man sich hier die Zeichentrickfiguren anguckt und dann hinterher das, was wir hier bauen werden. Das passt eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die Artikelnummer mit 18 am Ende. Das ist Matt Ishida mit seinem Begleiter Veregaru Rumon. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Aber den finde ich, der sieht richtig cool aus. Obwohl, den kann man eigentlich nicht sagen, die sehen alle echt klasse aus. Dann haben wir hier Taichi Yagami. Und der hat seinen Kumpel dabei, den Metal Greymon. Und hier haben wir Joey Kido mit Pseudomon. Also wenn ich irgendwas falsch geschrieben, aufgesagt habe oder falsch benannt habe, dann korrigiert mich bitte unten in den Kommentaren. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, was ich hier überhaupt gerade erzähle. Aber was mich wirklich fasziniert an diesen Sets hier, sind die Minifiguren, die dabei sind. Weil Sembo hat hier das erste Mal auch Bubblehead-Figuren in ihrem Sortiment. Jedenfalls, dass ich das so mitgekriegt habe. Und deswegen zeige ich euch das mal. Also hier haben wir die Verpackung aus der Nähe. So sieht halt hier unser Vere irgendwas aus. Und so sieht er gebaut aus. Und guckt euch mal die Figur an. Die Figur erinnert echt hart an die Figuren von Cuman mit dem Bubblehead. Leider werden wir uns gleich dann nochmal aus der Nähe angucken, weil sie aufgebaut haben. Werden die auch nicht in Deutschland Bestand haben gegen einen dänischen Mitbewerber. Aber dazu gleich mehr. Ich würde mal sagen, wir bauen die jetzt nacheinander auf. Und dafür wechseln wir jetzt hier einmal gerade die Perspektive von der Kamera. Und ich habe bis jetzt hier nichts drauf gefunden, was ich wirklich verstehe. Also Teilemengen und sowas alles. Weil es scheint alles auf Japanisch hier drauf zu sein. Von daher gucken wir uns das gleich mal hier direkt aus der Nähe an. Und schauen mal, ob da vielleicht der Übersetzer irgendwas retten kann. Ansonsten recherchiere ich mal, wie viel Teil das Ganze hat. Schreibe es euch dann hier im Untertitel rein. Was die Preise angeht, ich habe die jetzt hier bei AliExpress gekauft mit Verpackungen, weil ich halt die Verpackungen dabei haben wollte. Mit Verpackungen sind sie relativ teuer. Da liegen die so bei 15 Euro, das Set. Wenn ihr nur die Figuren und die Bausteine haben wollt, wird es dementsprechend erheblich günstiger. Müsst ihr dann mal ein bisschen schauen. Verlinken werde ich dazu nichts, weil ich keine Links mehr zu AliExpress mache. Aber ihr könnt natürlich auch so die üblichen anderen Anbieter mal abklappern. Ich denke mal, wenn ihr hier Digimon-Fan seid, würdet ihr die unter Garantie mit ein bisschen Mühe auch bekommen. Aber jetzt schauen wir erst mal, ob es sich überhaupt lohnt, sich die Mühe zu machen. So, hier haben wir nochmal unsere vier Digimon-Packungen ab sechs. Tja, viel informativer wird es hier vorne drauf leider nicht. Auch hier alles Toy Animation. Ja, und dann sieht unser, jetzt muss ich wieder gucken, unser Garudomon, Garudomon, der sieht hinterher so aus hier. Und die Sora, die sieht so aus. Dann haben wir hier unseren Met. Und dann haben wir hier noch Joey, der sich dann so verändert. Und wir fangen jetzt mal hier an mit unserer Sora. Und ich stelle euch mal gerade hier ab und dann machen wir das auf. So, hier haben wir die Packung. Ich habe hier bis jetzt noch nichts gefunden, was Teile sind. Das wird heißen, ab sechs Jahre. Das ist eine der wenigen Sachen, die wirklich hier dann in englischer Sprache sind. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Leider sind das zugeklebte Kartons. Das heißt, die kriegt man nicht wirklich zerstörungsfrei auf. Da muss man halt vorsichtig sein. Wahrscheinlich kann man es mit ein bisschen Wasserdampf oder sowas lösen, den Kleber. Aber das ist nicht mein Weg, sowas zu machen. Und es ist gar nicht mal so viel Luft, was dadurch hiergegen geschaukelt wird. Ich würde mal sagen, so ein Drittel Luft, der Rest durchaus gefüllt. Mit interessanten Farben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Also hier scheinen sie Farben aufgelegt zu haben, wirklich um das Franchise zu erfüllen. Hier haben wir die Bauanleitung, Klammer gebunden. In diesem Fall jetzt hier 45 Seiten lang. Hier haben wir den Stickerbogen dabei. Was ich ja prinzipiell bei solchen Lizenzgeschichten eher schade finde. Die Bauanleitung mit einem Männchen mit Knubbel auf dem Kopf. Ja, und das kann man jetzt leider alles gar nicht so lesen. Dafür müssten wir das jetzt übersetzen. Ich werde hinterher mal mit dem Übersetzer Fotos machen und das hinten ans Video anhängen, um zu gucken, was Sembo uns hier Schönes versucht mitzuteilen. Das ist gar nicht mal wenig, was wir uns versuchen mitzuteilen. Und hier geht der Bau an sich los. Schön finde ich hier dieses leichte Entsättigte von den Sachen, die... Oder ist das nicht? Nee, das sind einfach die Farben. Das sind gar nicht leicht entsättigt. Also hier wird wirklich einfach das, was neu gebaut wird, durch eine rote Umrandung gekennzeichnet. Die Farben sind einfach so schräg. Ich bin gespannt, wie das hinterher aussieht hier das gute Stück. Aber als allererstes möchte ich mir natürlich jetzt die Minifigur angucken. Weil da bin ich am gespanntesten drauf. So, hier haben wir die Einzelteile von der Minifigur. Und ihr seht schon, die hat Gelenke an den Armen. Das heißt, die wird ein bisschen beweglicher sein als die Standardfiguren, die man sonst so kennt. Die Hände sind auf beiden Seiten gleich. Ups, gut, dass Ersatz dabei ist. Scheint rote Handschuhe anzuhaben, das gute Mädel. Dann hier das Gesicht. Und ihr seht hier, der Kopf ist recht ähnlich zu dem, die wir von Cuman kennen. Nur hier die Aufnahme. Die ist so, dass der Kopf ein bisschen mehr Spielraum hat. Und dann haben wir ein recht aufwendiges Headpiece. Ist leicht aus leicht weicherem Material gemacht, das Ganze. So, und da ist die Figur fertig. Die Beine sind auch, also von der Beweglichkeit erinnert das so ein bisschen an die Creo-Figuren. Man kann es hier auch um den Torso noch ein bisschen. Man sieht hier, gibt es so leichte Abgrenzungen. Ein bisschen um den Torso zu bewegen. Ja, so sieht sie aus hier, unsere Figur. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die würde von Lego angegriffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die halt auch diese kantige, blockige Figur hat. Und wie ich deutsche Gerichte so kenne, könnte das schwierig werden. Aber schön bedruckt hier. Die Beine wirklich rundum. Der Oberkörper rundum, die Arme bedruckt. Also das ist schon beeindruckend. Die haben sich richtig, beeindruckender Druck. Die haben sich richtig Mühe gegeben hier mit der Figur. Fällt mir gut. Für den ersten Bauabschnitt haben wir vier Tüten. Die habe ich jetzt hier auf die Tellerchen verteilt. Der zweite Bauabschnitt sind nochmal drei Tüten. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an zu bauen. Und ich melde mich, falls irgendwas unvorhergesehenes passiert. Was mir jetzt hier so beim Bauen auffällt, ist zum einen, wir haben hier einen ganzen Teil bedruckte Steine mit dabei. Also es ist nicht alles Aufkleber. Viele Sachen sind auch über Drucke hier gelöst. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das heißt. Aber nun gut, ist ja auch nicht wichtig. Außerdem haben wir ein paar schöne Spezialteile hier dabei. Zum Beispiel hier diesen hier oder auch sowas hier. Das sind halt Steine, die man sonst eher von Megakonstrukts oder sowas kennt, die hier auch mit zum Einsatz kommen. Also die Hersteller gehen schon dazu über, nicht nur bei Lego sich inspirieren zu lassen, sondern auch selber Sachen zu entwickeln oder halt bei den anderen großen Herstellern nachzugucken. Hier zum Beispiel diesen hier. Den wüsste ich auch nicht, ob ich den bei Lego schon mal gesehen habe. Finde ich aber gut, dass die hier immer mehr mutiger werden und ihre eigenen Wege gehen. Der erste Bauabschnitt ist durch. Und bis jetzt hat es wirklich Spaß gemacht, das zu bauen. Die Aufkleber, die wir hier bei haben, das sind diese Transferaufkleber. Das sind eigentlich unter den Aufklebern immer noch die besten. Hier ist es allerdings teilweise ein bisschen schwer, die von der Trägerfolie runter zu kriegen. Da muss man noch mal ein bisschen drüber rubbeln, dass die dann an diesem hier halten, an der Kleinsichtfolie. Und so, dass man sie dann übertragen kann. Aber ansonsten kein Problem. Qualität der Steine. Also super. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob wir hier mit Gobrix bauen. Müsste man mal vielleicht sich genauer angucken. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Also die Nummern sehen eigentlich nicht danach aus. Also scheinen wirklich Sembo, die Sembo eigenen Teile mittlerweile auch ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht zu haben. Ja, da haben wir so eine fertig hier, unseren Garudamon. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich ist oder ob das sein pummeliger kleiner Cousin ist. Aber er hat so ein bisschen was von der Durchtrainiertheit verloren, die das eigentliche Vorbild hat. Ansonsten ist er eigentlich ganz schön umgesetzt. Also, ähm, hi Penny. Der ist echt nicht schlecht. Die Aufkleber lassen sich gut aufbringen und die Bautechniken sind klasse. Und er ist auch relativ stabil. Also da können Kinder durchaus mitspielen hier zusammen mit den Figuren. Ob ich die jetzt unbedingt gegen die anderen kämpfen lassen würde, weiß ich nicht. Aber das finden wir einfach mal raus, indem wir die auch bauen. So, damit haben wir auch unseren, jetzt muss ich einmal wieder nachschlagen, wie er hieß, Veregaromon fertig. Und der ist besser gelungen, würde ich sagen. Also der passt eigentlich ganz gut zu seiner Zeichentrickvorlage. Bautechniken sind wieder cool. Also es macht einen riesen Spaß, die zu bauen. Qualität der Steine ist wirklich tippitoppi. Was ein bisschen doof ist, dass manche Aufkleber über mehrere Steine drüber gehen, wie hier und hier. Aber wir haben auch ein Teil wieder gedruckte Sachen dabei. Zum Beispiel hier im Nacken, da sind ein paar Drucke bei. Dies hier, dies hier, dies hier. Das ist wieder ein Aufkleber. Hier sind Aufkleber. Aber liebevoll gemacht alles. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das haben sie gut angefangen hier, das Ganze. Macht Spaß auch hier mit dem querlaufenden Gurt und so. Das ist echt klasse gemacht. Also den hier, den finde ich wirklich sehr gelungen. Der sieht richtig klasse aus. Die kleine Figur dabei wieder, auch süß. Das Einzige, was bei der hier ist, die Haare halten nicht so wirklich gut auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Aber die scheinen nicht richtig einzuklicken hier bei dem hier. Mit einer Hand sowieso nicht. Aber das ist nicht so hundertprozentig tippitoppi. Ansonsten ist die auch wieder cool gemacht. Rundum bedruckt. Hinten hier das, dass es Lizenz ist. Und auch wieder die Beweglichkeit, wie wir es eben bei der anderen auch schon hatten. Und jetzt bauen wir hier Yen hier. So, Metal Greymon ist auch fertig. Und auch hier war das Bauen wirklich spaßig. Also es sind tolle Techniken, interessante Bautricks und alles angewendet hier. Vor allem hier der Kopf, der macht Spaß. Wieder ein paar bedruckte Teile. Ein paar Sachen sind über Aufkleber gelöst. Also das hier ist zum Beispiel gedruckt. Die Augen sind gedruckt. Das hier sind Aufkleber. Sieht auch, finde ich, recht gelungen aus. Wenn man da die Zeichentrick-Variante hier hinten sieht. Jetzt den hier. Schnurde kann man ein bisschen aufmachen. Die sind auch in gewissem Maße possible. Wobei man sagen muss, dass die Gelenke wahrscheinlich irgendwann dem Gewicht nachgeben werden. Der eine oder andere von euch wird sich vielleicht noch erinnern, dass wir mal so ein riesengroßes Xenomorph gebaut haben von Xing Bao. Der ist bei mir auch dem zum Opfer gefallen, dass irgendwann die Gelenke nachgegeben haben. Das wird wahrscheinlich hier auch passieren. Momentan halten sie erst mal. Und es sieht gut aus. Man kann es ungefähr hinstellen, wie man möchte. Und jetzt kommen wir hier zu dem letzten. Das ist der Joey Kido. Hier sitzt er als Minifigur. Hier haben wir schon die Teile für den ersten Bauabschnitt auf den Tellern liegen. Brauche ich noch aus den Tüten raus machen. Dann schauen wir mal, wie sein Sudomon hinterher aussieht. So, dann haben wir auch den letzten fertig. Hier die 609320. Den Joey Kido mit Sudomon. Und ja, die Figur hatte ich euch ja schon gezeigt. Die finde ich richtig gelungen. Die Haare waren erst ein bisschen verbogen. Aber wenn man dann den Kopf einzeln nimmt, um das rein zu friemeln, passt das wieder. Die sind halt alle aus so einem Gummi-artigen Material. Und dann passt das wieder und sieht auch echt klasse aus. Auch hier. Also die sind allgemein echt der Zugleich im Fazit mehr. Dann haben wir hier unseren Digimon fertig. Und der ist auch wirklich gelungen. Wenn man da jetzt dann hier den hier dann dazu sieht. Haben sie das wirklich schön umgesetzt. Hier die Schlappöhrchen, die sind ein bisschen lang geworden. Oder haben sie wahrscheinlich versucht, dieses Geknickte reinzukriegen. Ansonsten ist das wirklich schön umgesetzt. Hier mit den Zacken hinten auf dem Rücken auf seinem Schildkrötenpanzer. Den Zottels hier von dem Pelz, den er anhat und so. Und die Füße und die Krallen und der dicke Hammer und so. Sehr gut. Viel besser eigentlich, als er hier in der Verpackung aussieht. Auf der Verpackung sieht es aus wie ein wilder Haufen Klemmbausteine. Aber wenn man ihn dann wirklich sieht und gebaut hat, da passt er wirklich sehr schön. Ja und damit haben wir alle vier fertig. Und wir stellen die jetzt mal hier zusammen hin. Und kommen dann zum Fazit. Ja und da haben sie alle fertig. Alle vier aus der Digimon Serie hier von Sembo. Und fangen wir mal mit den Figuren an, weil die finde ich richtig, richtig klasse. Zum einen sind sie natürlich sehr beweglich hier mit den Balljoints an den Armen und den Beinen. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass das für den Spielbetrieb gar nicht so cool ist, weil die relativ fix ausleiern. Und dann hat man dann so Marionettenpuppen. Die Gesichter und die Köpfe finde ich schön designt. Das ist klasse. Und die Kopfbedeckungen sind der Knaller. Auch wenn dieses Weichgummi-Zeug, was sie dafür nehmen, nicht immer hundertprozentig optimal ist für den Halt auf den Köpfen. Hier der Blonde, der Matt, bei dem merkt man das besonders. Bei dem Kido, Joey Kido, da musste ich ein bisschen Fremiums reinzukriegen. Und hier bei dem Daichi, da ist es sogar zweiteilig. Also die Haare, die oben rausgucken, ist nochmal ein eigenes Teil. Die Drucke sind der Hammer. Wirklich rumlaufend. Super cool. Also das sind mit die coolsten Drucke, die ich bei irgendwelchen Figuren in letzter Zeit so gesehen habe. Out of the box. Also keine Spezialarmfertigung oder sowas. Da haben sie wirklich mal richtig hingelangt. Das Einzige, was nicht rund um bedruckt ist, sind die Arme. Ansonsten wirklich richtig, richtig klasse gemacht. Also ich bin begeistert. Hier sieht man so ein bisschen hier bei dem Joey, dass das halt mehrere Druckdurchgänge sind. Da passt es nicht hundertprozentig aufeinander. Aber das ist verzeihlich. Ich meine, guckt euch mal die Füße an hier. Wie aufwendig das gemacht ist. Also da haben sich welche richtig ausgetobt. Ansonsten finde ich die Figuren echt gelungen. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass die so wie sie jetzt hier sind, vor deutschen Gerichten nicht standhalten würden. Das heißt, die wird hier keiner in Deutschland in Ruhe importieren können, ohne dass da der große Däne hinterher drauf schlägt. Aber für Leute, die für ihre Figuren-Sammlung noch was suchen, also die sagen hier möglichst viele verschiedene Minifiguren-Arten möchte ich mal sammeln, ist das hier ein absolutes Must-Have, weil die echt klasse sind. Für Digimon-Fans ist das Ganze hier sowieso geil. Das muss man ganz klar sagen. Die Umsetzung der Figuren in Klemmbausteinen finde ich fast durchgängig gelungen. Hier bei dem Karudomon, glaube ich, heißt er, da fehlen eigentlich die Unterschenkel. Wenn ihr euch das jetzt so anguckt hier, der hat, dann wäre der auch höher und würde schlanker rüberkommen. Dann würde das passen. Ansonsten ist er eigentlich gut umgesetzt. Nur dem fehlt halt hier wirklich noch was, um mehr in die Höhe zu kommen. Weil er ist hier sehr hoch gewachsen. Und hier sieht er aus, als wäre er hier der Zwergenvertreter seiner Familie. Nun ja, der hier, den finde ich hammergut gelungen. Und die beiden, die passen auch sehr gut. Also da haben die Designer wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Qualität der Steine ist top. Es lässt sich super mitbauen. Manche Bautechniken sind ein bisschen abenteuerlich. Hier zum Beispiel der Schildkrötenpanzer, der ist mir ein paar Mal wieder abgefallen. Das lag aber nicht an der Qualität der Steine oder irgendwie sowas, sondern einfach wirklich daran, dass das sehr auf Optik gemacht ist. Also die drei, mit denen kann man spielen. Und bei dem hier, da wird wahrscheinlich der Panzer immer mal wieder abfallen. Aber ansonsten, toll. Also ich finde die wirklich richtig super. Und das sage ich, obwohl ich von Digimon gar keine Ahnung habe. Also ich bin kein Fan des Franchises. Und ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es da ein Franchise so richtig in der epischen Breite gibt, wie ich das jetzt bei der Recherche festgestellt habe. Also das ist ja wirklich ein kompletter eigener Industriezweig, der immer noch beliebt und lebendig ist. Also das ist hier in Europa nicht annähernd so erfolgreich wie im asiatischen Raum. Und deswegen scheint diese Serie ja auch hier nur für den asiatischen Raum aufgelegt worden zu sein. Die Beschriftung, glaube ich, also laut meinem Übersetzer ist es chinesisch. Und so scheint das Ganze wohl für den chinesischen Markt gemacht zu sein. Was mich auch wundert, in Japan würde das wahrscheinlich auch sehr gut laufen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gibt es ja andere Packungen, ich kann es euch nicht sagen. Aber auf alle Fälle, für alle, die Digimon-Fans sind, ist das Ganze hier toll. Gefehlt hat nichts, das waren die Teile, die über sind. Und sie gehen hier so ein bisschen den Weg, den mega auch geht. Das heißt also, besondere Teile liegen mehrfach dabei. Noch für Ersatz und in jedem war einer von diesen Teile-Trennern dabei. Ja, also gibt es wieder ein steingemachtes Teile-Trenner für umsonst. Und ansonsten, ja top. Also für jemanden, der ein Digimon-Fan ist, Bauspaß haben, ins Regal stellen, super. Ja, es sind Aufkleber dabei, zum Teil Drucke. Aber die Aufkleber sind die, die ich am liebsten mag. Diese Folientransfer-Aufkleber, die wirklich dann hinterher fast aussehen wie Drucke. Und auch dann sehr gut halten, wenn sie einmal aufgebracht worden sind. Sind mir, wenn schon Aufkleber, definitiv die liebsten. Ja, das war es hier von mir an dieser Stelle. Also für mich war das hier rund um ein gelungener Bauspaß, muss man sagen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von der Serie? Was haltet ihr von Digimon? Sagt ihr, juckt mich gar nicht? Oder sagt ihr, kannte ich eigentlich vorher nicht? Aber die Figuren und die gebauten Digimons sind echt cool. Habt ihr vielleicht selber schon was davon gebaut? Dann schreibt mir hier über eure Erfahrungen zu der ganzen Sache. Und ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wir hören und sehen voneinander. Bis bald. Tschüss. Ja! 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 No, it's a fucking blast! Did you hear me? Yeah, we're going out again There's a side just down the street Where the two-dime hookers hang Wer hätte gedacht, dass das größte Konkurrenz… Kaffee. Ohne Kaffee geht das aber nicht. Ja, das war's für mich. Hm, 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 hm. Hm. So, jetzt haltbar.